Das ist die Podcast-Ausgabe von «Schreiber Talkt». Hallo und herzlich willkommen. Jeden zweiten Mittwoch rede ich mit spannenden Persönlichkeiten aus Kultur und Gesellschaft. Menschen, die sich bewegen. Am Mittwoch am 5 Uhr auf allen Podcast-Plattformen und im Fernsehen gleichzeitig auf YouTube am Viertel vor 10 Uhr bei Auftanken TV. Und heute ganz nach dem Motto von Winterthur nach Hollywood. Ich rede nicht von mir, ich habe es immerhin auf Zürich gearbeitet. Das ist ein Mal ein Anfang, aber er noch viel weiter. Christian Jungen ist Artistic Director und Leiter vom Zürich Film Festival, das ein Frame-Kino in der Stadt betreibt. Aufgewachsen in einer Arbeiterfamilie in Winterthur wohnt er mit seiner Frau, und der Tochter seit Jahren in Zürich, ist an Filmen geschäftlich sowie privat mit seinen über 5000 DVDs immer treu geblieben. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Hallo Christian. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Toll, dass du da bist. Nach so einem Programm, das du in den letzten Tagen gehabt hast, ist unglaublich. Du wirkst entspannt. Das könnte ich glaube nicht nach dem Ganzen. Über das werden wir später noch sprechen. Aber ich freue mich sehr, dass du zu uns gekommen bist. Danke für die Einladung. Ich habe salopp gesagt, von Winterthur nach Zürich, das bewegt dich aber schon sehr. Und das Zürich Film Festival, das ist ja ein Punkt, der bei dir natürlich sehr am Brennen ist. Der Film selber an sich ist ja etwas, das dich seit der Kindheit so richtig bewegt. Das hat ja extrem früh angefangen. Und die Leidenschaft, und es gibt eine lustige Story. Ich werde jetzt gerade merken, wo mich die Story so lustig findet. Das hat ein bisschen einen Zusammenhang mit deinem ersten Job, den du gehabt hast. Der hat ja auch das Winti stattgefunden, um dein Studium zu finanzieren. Da hast du ja im Arthouse Kinologe gearbeitet. Mitten in der Altstadt Winterthur. Und an der gleichen Strasse, wo ja das Kinologe ist. Wir wollen jetzt nicht die Nummer nehmen und das Ganze. Da wohne ich ja aktuell. Also wirklich wenige Minuten davon entfernt. Gesehen haben wir uns leider irgendwie nicht. Wie war die Zeit für dich? Und halt so ein bisschen in den Start. Ja, das war eine spannende Zeit. Ich war am Gimmi gewesen und musste Sackgeld verdienen. Und dann wurde eben das Kinologe eröffnet. 1991. Da hatte sie ein Sincerat im Landboot. Sie suchen einen Kassier. Und ich habe mich dann gemeldet. Und der Junge Reinhardt von der Reinhardt-Dynastie hat mir diesen Job gegeben. Und früher bin ich gerne ins Kino. Und habe geschaut, was man halt so geschaut hat. Filme mit Michael Douglas und Sylvester Stallone und Harrison Ford. Und plötzlich sitze ich in dem Arthaus-Kino und habe die Filme gratis schauen können. Thelma und Luis, Ladro di Bambini. Das waren so die ersten Grossen. Und dann hat es mir den Ärmel hingenommen mit dem Thema Film. Und dann bin ich Filmkritiker geworden. Und das Thema hat mich eigentlich nicht mehr loslassen. Bis heute, wo ich aber im Zürich Filmfestival bin und fast tausend Filme sehe pro Jahr. Na ja, eben unglaublich. Also eine sehr grosse Leidenschaft, wie ich schon gesagt habe. Aber die Leidenschaft, die ist ja am Anfang. Deine Eltern, die wollten eigentlich immer, dass du eine Lehre machst. Der Burscht soll etwas Richtiges lernen, soll eine Lehre machen. Du hast aber von Anfang an eigentlich das Gespür immer gehabt für den Film. Für die Unterhaltung. Für das Ganze. Wie ist die Zeit gewesen? Eigentlich eben den Eltern auch zu sagen, hey, ich habe einen anderen Weg in Sicht. Also gut, angefangen hat es ja, als ich als Gimmi bin. Niemand in unserer Familie, also mein Vater war Sulzerarbeiter, hat je gestudiert. Und Tenor, gerade auch beim Grossvater, war man so, du musst nicht meinen, du sechst etwas Besseres. Liesst du die Bibel, das reicht. Und nachher mit dem Gimmi hat sich natürlich wie so eine neue Welt aufgetaucht. Und der Film hat natürlich auch etwas Suspekts gehabt. Also ich war natürlich in der Zeit extrem viel im Kino. Und ich habe nicht mehr gedacht, was ist dann mit dem los? Ist das eine Flucht oder so? Aber für mich ist das Kino auch ein bisschen ein bisschen das Fenster in die Welt raus gewesen. Das ist natürlich noch die Zeit gewesen, Anfang des 90er Jahre, da ist man noch nicht so geflogen. Also ich bin wahrscheinlich die letzte Generation, die New York zuerst im Kino gesehen hat. Heute, oder? Meine Tochter ist schon früh, in jungen Jahren, in Amerika gewesen. Das ist damals für jemanden wie mich weit weg gewesen. Und das Kino hat einem den Blick und den Horizont erweitert. Also das heisst eben, du spürst natürlich, der Film «Die Leidenschaft», die ist sehr früh entstanden, wie ich schon erwähnt habe. Die Familie aber hat eigentlich nichts grosses mit dem etwas am Hut gehabt. Hat man das dann schnell auch verstanden? Hey, Christian, doch, das ist jetzt nicht einfach irgendein Spleen, den man ja vielleicht als Teenie einmal hat. Ja, sie haben es dann akzeptiert, aber es ist eben lange so ein bisschen Suspekt gewesen. Und heute sind sie aber stolz, meine Eltern, dass ich das Zürich Filmfestival leite und Stars wie Kate Winslet und Jude Law begrüssen kann. Und Pierce Brosnan da in Zürich, das ist ja auch sehr stark mediatisiert und da haben sie natürlich schon auch Freude. Und sie sind selber auch immer wieder mal am Film schauen am Zürich Filmfestival. Der Macher, der hat sich aber schon sehr früher eigentlich gezeigt bei dir, auch bereits an der Kanti, da hast du einen eigenen Filmclub gegründet. Ja, genau. Ich habe immer Notizen gemacht zu Filmen, die ich gesehen habe. Dazumal habe ich so Kartellkarten angelegt und die Schuenschachtel abgelegt. Da hat es noch keinen Computer und Digitalisierung gegeben. Und ich habe dann am Gymnasium einen Filmclub gegründet, wo wir so ein bisschen jungbildungsbürgermässig Rossellini und Visconti und Trüffo geschaut haben. Und immer einer hat eine Einleitung gemacht und einmal sind wir am Wochenende heimlich ins Schulhaus und haben eine Filmnacht gemacht mit dem Resultat, dass dann irgendwo morgen um drei die Polizei gekommen ist. Und die haben natürlich gemeint, das sei ein Einbrecher, aber wir waren nur im Film schauen. Ich habe dann später am Gymnasium auch eine Filmzeitschrift gegründet, beziehungsweise eine Schülerzeitung, die ich über Film geschrieben habe. Und später, als ich bei der NZZ am Sonntag war, war ich auch mal eine Filmzeitschrift. Also die Auseinandersetzung mit Filmen zu reden und nachdenken über Filme begleitet mich jetzt eigentlich seit Jahrzehnten. Eigentlich ein bisschen wie in einem Film die Polizei gekommen ist. Ich wollte dann «Hey, was ist da los?» Also, ja, das ist eigentlich ein sehr aktives Leben schon recht früh angefangen. Irgendwann ist natürlich dann der Punkt gekommen, wo du auch gemerkt hast, «Hey, ich möchte wirklich mehr das jetzt beruflich auch machen. Es soll in dieser Kategorie Film natürlich bleiben. Du bist als Journalist für verschiedene Medienhäuser tätig. Du hast es ja bereits schon angesprochen. Unter anderem ist das auch der Blick gewesen, die TR7-Seitige TV-Stahl. Liebe Grüße hat die Redaktion an dieser Stelle. Deine Filmleidenschaft hast du eigentlich spätestens dann so richtig ausleben, auch beruflich? Wie ist das so? Ja, ich habe eigentlich immer das gemacht, was mich fasziniert hat und irgendwie bin ich dann so in den Filmjournalismus eingerutscht. Ich muss auch sagen, am Anfang habe ich eigentlich fast eher draufgelegt, weil ich bin ja am liebsten auf Cannes als Filmfestival und auf Venedig und Berlinale und da ich ja wie soll ich sagen nicht fest angestellt war, sondern Freelancer in sieben Jahren war das eine Art Investment. Ich konnte dann aber in Cannes und in Berlin und so weiter Star-Interviews machen mit Leonardo DiCaprio und George Clooney und Nicole Kidman und wie sie alle geheissen haben. Und die konnte ich dann für gutes Geld am Sonntagsblick oder am Fact, das war ein Nachrichtenmagazin, das es das Mal gegeben hat, verkaufen. Und so habe ich mich über Wasser gehalten und mein Studium finanziert. Und es war aber auch etwas, mich haben eigentlich selber die Regisseure immer ein bisschen mehr interessiert, aber ich habe dann auch gemerkt, im Markt aussen funktionieren die Schauspielerinnen und Schauspieler besser. Und ich glaube, die Erfahrung kommt mir heute zu gut beim Filmfestival, weil da brauchst du auch grosse Hollywoodstars für den grünen Teppich, für die Sponsoren, für die Fans. Und gleich ist im Herzen, im Zentrum der Wettbewerb, wo am Schluss ein Regisseur das goldige Auge bekommt. Und ja, das hat mich eigentlich wie vorbereitet auf den Job, den ich heute als freier Journalist Also kann man auch sagen, dass das Unternehmerische, das hat dich damals schon gepackt, oder? Eben so ein bisschen eins in eins zusammen. Und wie kommt mir jetzt das Ziel? Ja, ich habe mir schon immer überlegt, also ich kann ein bisschen ein Unternehmer gehen, oder bin einfach ein Machertyp, und natürlich muss die Kasse auch stimmen, dann kannst du nicht einfach, wenn du ein Rich Kipp bist, dann kannst du dein Hobby einfach durchziehen, ohne dass irgendetwas rauszuschauen unter dem Strich. Aber ich habe ja schon damals, ich habe in der Langstrasse als Studentin in einer WG gewohnt, einen Steinwurf von dem Studio entfernt, und habe müssen schauen, wie ich durchkomme. Das Mal habe ich übrigens Budgetjoghurt gegessen, und minutiös in einem Blöckchen Buch geführt über die Finanzen, und ja, ich habe früh gelernt, dass von nichts kommt, und bin aber eigentlich auch heute ein Verfechter der Leistungsgesellschaft. Ich finde, das Schöne bei uns ist ja, dass der, der seine Chancen packt, weiter überkommt, dass es eine Art höhere Gerechtigkeit gibt, es gibt Phasen, da musst du investieren von der Karriere, aber in Zürich fragt man ja nicht, wer bist, wer ist dein Vater, sondern kann er etwas, kann man ihn brauchen, und wenn man ihn brauchen kann, dann kommt er eine Chance über, und dann geht es weiter. Da habe ich heute manchmal ein bisschen Mühe mit der Anspruchsmentalität von jungen Leuten, die eigentlich, also ich muss ja auch Leute einstellen und Casten quasi, die einfach die ganze Zeit fragen, was eigentlich die Vorteile sind und die Goodies, und ja, da denke ich manchmal, oder da merke ich, dass ich mittlerweile, ich bin ja erst 51, in der alten Schule bin, ich finde eigentlich immer noch gut, wenn einer zuerst mal eine Vorleistung zeigt, und dann reden wir über Weiterbildungskurse und Anzahl Wochen, Ferien, da hat sich einiges verschoben, und ich hoffe, dass die Pendel wieder die andere Richtung ausschlägt. Siehst du das in diesem Fall etwa gleich wie ich, also wenn jemand kommt und sagt, also bei einem Jobgespräch, können wir mal über Benefits reden, was kommt man zusätzlich über und eigentlich das ein bisschen im Fokus, die Leute, die kann schrauchen, das führt nirgendwo hin, ich habe noch nie irgendjemanden gesehen jetzt in der Schweiz, der mich inspiriert, oder der Grosses geleistet hat, der gestündelt hat, der geschaut hat, über den Fünfig an den Bleistift hinlegen, sondern die Leute, die mich inspirieren, sind meistens die, die eine Vision hatten, die etwas machen, das kann ein Journalist sein, wenn Roger Köppel love him, hate him, aber er bewegt etwas, das kann man ihm nicht absprechen, oder Unternehmer, bei uns ist zum Beispiel Breitling ein Sponsor, also ich will das nicht schleichwerbig machen, aber der Schorsch Kern, der CEO von Breitling, das ist einfach ein Maniac, ein Marketeer, und der schaut auch nicht auf die Uhr und überlegt sich, wie er jetzt seine Freizeit optimiert, sondern es sind Leute, die etwas reissen und damit andere mitreissen und auch eine Wertschöpfung kreieren. Da ist eigentlich dein Background von zu Hause immer ein Vorteil, oder man hat müssen arbeiten, von nichts kommt nichts, man hat müssen anpacken, man kann nicht einfach hinlegen und es regnet Geld von oben, sondern man muss etwas tun, dass man weiterkommt. Ja, das ist eigentlich eine gute Erfahrung gewesen, mir ist dann auch erst im Gymnasium aufgefallen, dass es da grosse Unterschiede gibt, es war dann die Geburtstagsparty, der 16. Geburtstag oder so, und plötzlich merkst du, da gibt es ja Leute, die wohnen in grossen Häusern, ich bin irgendwie in einem Block aufgewachsen, im vierten Stock oben links, dort hat bei mir ein Bewusstsein eingesetzt, ich habe dann später in der Studienzeit mit einem zusammengelebt, der sehr gut am Haus gekommen ist und habe aber auch gesehen, dass Geld von Haus aus gar nicht immer so lässig ist, weil vielleicht auch ein gewisser Antrieb gehemmt wird oder weil in diesem Fall seine Eltern waren getrennt und haben sich gegenseitig mit Geschenken überboten und für ihn ist es mehr ein Hindernis gewesen, sich frei entfalten, auch was Berufswahl betrifft, weil da schon höhe Erwartungen waren, also die älteren Akademiker sollten den Sohn auch, man kennt ja das aus so Familien, wo die älteren Ärzte sind, dass da vielleicht einen grossen Druck auf den Junior lastet, dass er auch Arzt wird und insofern habe ich mehr Freiheiten gehabt und ich finde es aber auch gesund, wenn man sich die Sachen selber erarbeiten muss. Ich weiss noch, ich bin im Winter in der Tonimolkerei in den Sommerferien am Fliessband drei Wochen lang auf dem Bau dort beim Geiselweitschulhaus später habe ich mir mit dem Geld meine erste Uhr und wieder ein bisschen später mein erstes Auto kaufen und ich glaube, das gibt auch eine gesunde Einstellung zum Geld und eine gesunde Relation zum Wohlstand und bin eigentlich rückblickend froh um den Weg, den ich hinter mir habe. Es ist absolut beendrückend auch eben wie bodenständig, dass du ja eigentlich seit der Teenie-Zeit auch geblieben bist, das merkt man auch im Gespräch, das ist ja nicht das erste Mal, wo wir miteinander reden, das erste Mal vor der Kamera vom Mikrofon und das beendrückt mich enorm an dir. Man merkt richtig, das ist eine andere Person, als man es teilweise auch manchmal noch zu sehen bekommt und das ist, ich glaube, schon wie ich gesagt habe, ein bisschen, wie du aufgewachsen bist, was für Werts du auch mitbekommen hast. Der Kumpi wird in den ersten Jahren programmiert und ich glaube Herkunft prägt und insofern, ja, auch wenn ich heute ein ganz anderes Leben habe, ich finde es auch faszinierend, wenn ich mir überlege, meine Grosseltern, das ist mir erzählt worden und ich habe ja Gott sei Dank die gekannt und lange erlebt, die sind aufgewachsen und haben keine Schuhe gehabt, da war kein Geld für Schuhe, das waren kinderreiche Familien gewesen, also jetzt Grossvater, Grossmutter, ähm, väterlicherseits mit je zehn Geschwisterten, ähm, mein Vater hat noch müssen, also mein Grossvater ist Nachtwächter gewesen, in der Sulzer, in die Döse, in dem schönen Häusli, wo heute ein Kaffee drin ist, ähm, und mein Vater und sein Bruder haben morgen um fünf Uhr die Lampen vertragen, äh, also quasi, heute schaut man auf Amerika und redet von den armen Schweinen, die zwei Jobs haben, die sich über Wasser halten, aber das ist im Kanton Zürich oder in Winterthur, wo ich aufgewachsen bin, in einer Familie wie bei der, wo ich herkomme, noch ganz normal gewesen, und ein, zwei Generationen später, ähm, ja, führen wir ein schönes Mittelstandsleben, ich habe einen Doktortitel, wir haben, finde ich übrigens auch etwas Schönes in der Schweiz, die soziale Mobilität, du kannst eigentlich aus dem, äh, aus der Arbeiterfamilie, aus dem Block, kannst du jetzt, äh, Kulturchef werden in der Falkenstrasse 11 bei der NZZ am Sonntag, das ist zum Beispiel mein Weg gewesen, ähm, aber es ist doch äh, erstaunlich, wie schnell das, dass es kann gehen, wenn ich zurück schaue, woher das man kommt, und trotzdem sollte man das nicht vergessen, weil ich glaube, oder das sieht man ja auch bei vielen Sekundos, ähm, ähm, oder im Sport, das, was ich vorher gesagt habe, dass es manchmal ganz gut ist, wenn man sich die Sachen auch mehr erarbeiten muss, mich denke ich zu oft, und wenn man die Schweizer Fussball-Nazie ansieht, sieht man das ja, hat es vielleicht noch drei, die so typische Schweizer Namen haben, und die anderen sind, äh, Kinder von, von Einwanderern, und, äh, im Sport geht es halt auch sehr ehrlich zu und her, der Beste spielt einfach am Schluss, ob der jetzt, aus Albanien stammt, oder irgendwie, äh, ein Müller oder Meier aus dem Zürich Oberland ist. Zum Thema Sport werden wir auch später noch kommen, an dieser Stelle, äh, nochmal kurz, wie spassend bist du jetzt? Also, wie kannst du es ein bisschen einordnen? Ähm, ich habe schon immer noch Mühe, viel Geld aufs Manus zu geben, aber ich habe gelernt, mich zu überwinden, das klingt jetzt absurd, aber es ist wirklich ein Überwinden gewesen, macht ihr ein Beispiel, ähm, wo ich, ich habe ja gesagt, ich bin freier Journalist gewesen und dann bin ich, äh, Amis auf Amerika geflogen, das war noch die Zeit gewesen, bevor das Internet so richtig sich etabliert hatte und habe die Star-Interviews gemacht und einmal bin ich in New York gewesen für den Film Catch Me If You Can und habe ein Einzelinterview gehabt mit dem, äh, Leonardo DiCaprio, dem Steven Spielberg und dem Tom Hanks zusammen und dann haben die gesagt, ah, you're from Switzerland, ähm, ja, sie lieben Ordemart Bigger und dann haben sie irgendetwas ausgesprochen, das ich gar nicht verstanden habe, auf jeden Fall habe ich dann herausgefunden, dass das die Marke Ordemart Bigger ist und der Film Catch Me If You Can basiert ja auf dem, äh, Hochstapler, wo dann im Gefängnis gewesen ist, also der, wo DiCaprio spielt und wo der richtige, Frank Abagnale heisst, der dann aus dem Gefängnis rausgekommen ist, hat die, ähm, Genfer Firma, Uhrenfirma oder eigentlich in LeBecassus sind die, den Frank Abagnale als Sicherheitsberater angestellt, um können beraten, wie man Uhren fälschungssicher machen kann. Und ich habe immer gedacht, äh, oh, so eine Uhr möchte ich einmal und, äh, so eine Uhr kostet etwa 23'000 Franken. Und ich habe es die ganze Zeit herausgeschoben, obwohl ich das Geld schon gehabt habe und dann habe mir gesagt, ja, jetzt machst du zuerst das fertig und dann, wenn du dann mal bei der NZZ bist und dann bin ich bei der NZZ, sagst, gut, wenn du die Probenzeit hinter dir hast, gut, wenn das erste Jahr hinter dir ist, und irgendwann habe ich mir dann so eine Odomarpie gekäfft, aber ich habe mich richtig müssen überwinden, 20'000 Franken auf einen Klopf ausgeben. Und, ja, aber heute, äh, ja, weist ich mir natürlich schon ab und zu Sachen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie, wie soll ich sagen, äh, unnütze Geld ausgeben, weiss ich schon, aber das ist sehr vernünftig, Damen und Herren von den Benefits, hört gut zu, wenn du dich an einer Eterkennung herstelle. Du hast es vorher schon erwähnt, NZZ Kulturchef ist das richtige Stichwort, 2017 bist du das gewesen, hast du zusammen mit Karl Spöri, dem damaligen Künstlerischen Direktor vom Zürich Film Festival, und dem Felix E. Müller, dem damaligen Chefredaktor von der NZZ am Sonntag, NZZ am Sonntag ist natürlich das Richtige, die Filmzeitschrift Frame ins Leben gerufen, wo du bis 2019 Redaktionsleiter warst, wenn ich jetzt gehöre, zu den Filmfestival Frame, Namen, die wir schon erwähnt haben, die später nochmal werden kommen, die dich schon früh auch angefangen haben zu bewegen, aber es ist glaube ich so ein bisschen wie eine Love Story bei dir, wenn man so vom ZFF redet, und du hast dich ein bisschen annäheren müssen, wenn man dem so will, sage ich du mal ein Interview von dir zitieren. Ich war seit der ersten ZFF-Ausgabe 2005 als Journalist dabei und war am Anfang extrem skeptisch. Tatsächlich habe ich die Gründer im Blick in die Pfanne gehauen, weil ich fand, es braucht nicht noch ein weiteres Festival neben Solothurn und Logarno. Wow, Christian, Entertainment pur! Ja, das war so. Ich meine, das Zürich Filmfestival war ein ungeliebtes Kind, das die 2005 Medienmitteilung verschickt haben. Erst das Zürich Filmfestival sind die ins Stadthaus zitiert worden, wo ihnen ein Kulturbürokrat vom Stadtpräsidenten Elmar Ledergerber neu gelegt hat, sie sollten doch auf das Wort Zürich im Namen verzichten, weil das könnte ja image-schädigend werden, wenn da so ein Bling-Bling-Anlass plötzlich über die Bühne gehe. Heute ist das ZFF nicht mehr wegzudenken aus Zürich, ist auch der Kultur-Anlass, der mit Abstand die grösste internationale Ausstrahlung hat, der eine grosse Wertschöpfung generiert. Ich meine, wir buchen allein vom Festival aus über 2000 Hotelnächte für unsere Gäste. Plus gibt es ja noch Leute, die vielleicht aus Genf aus dem süddeutschen Raum kommen. Ja, und da hat es einen Wandel durchgemacht. Und diesen Wandel habe ich auch persönlich durchgemacht, von eigentlich nicht ernst zu nehmen, ins Lächerliche zu ziehen, was mir im Nachhinein leidtut. Überhaupt, muss ich sagen, mit der Erfahrung von heute wäre ich viel besserer Journalist, wenn ich zurückgehe in den Journalismus. Es tut nämlich gar nicht so schlecht, einmal die Seiten wechseln und erleben, wie es ist, wenn man selber im Rampericht steht und analysiert und kritisiert wird. Und bei mir hat es so ein bisschen gekehrt im Jahr 2008, das war das vierte ZFF-Jahr, als der Silvestors Stallone kam. Das hat mich natürlich wahnsinnig fasziniert, weil ich auch ein grosser Rocky-Fan bin. Und dort habe ich sie angefangen ernst zu machen, weil ich wie gefunden habe, das ist eine riesige Leistung, dass sie das geschafft hatten, das Stallone in die Schweiz zu holen. Es hat immer geheißen, die grossen Stars kommen da eher nicht in die Schweiz, der Markt ist zu klein. Also quasi Willem Dafoe in Logano ist das höchste der Gefühle, was möglich ist, hier zu landen. Und plötzlich sind die Schwarzeneggers und Stallones gekommen und haben sich Klinket-Hand gedrückt in Zürich. Und da habe ich natürlich aufgehorcht. Wobei man muss sagen, Stars damals sind die natürlich noch total pfui gewesen. Im Feuilleton hat man das Näschen gerümpft über Hollywood Stars. Und dann noch über Action Stars, das ist gar nicht gegangen. Und das ist eigentlich eine blöde EU-Dichotomie, die man da zelebriert. Und auch der Film ist ja im hohen Feuilleton immer ein bisschen am Kindertisch gesessen. Die wahren Künste sind die Opern, die bildende Kunst und das Theater. Und da hat sich jetzt aber auch ein grosser Wandel ergeben. Heute wird der Film ernst genommen. Und Puente ist ja, dass die NZZ, die sich damals lächerlich gemacht hat oder sich lustig gemacht hat über das Festival, heute das Festival besitzt. Und ich eigentlich von der NZZ am Sonntag zum ZFF gewechselt habe. Unter dem gleichen Dach von der NZZ-Mediengruppe. Ja, da hat sich viel verändert seit den Anfangsjahren. Sehr viel verändert. Auch verständlich, dass natürlich auch bei dir dieses Umdenken stattgefunden hat. Die Gründer von damals, sind die noch böse? Oder hat man das inzwischen nach dem Erfolg, den du ja auch am ZFF jetzt eingebracht hast in den letzten Jahren? Ich habe beste Beziehungen mit beiden. Karl Spöri hat ja jetzt dieses Jahr auch einen eigenen Film vorgestellt. Thelma, der jetzt im Oscar-Rennen ist, den er produziert hat. Das ist ja interessant. Er hat ja aufgehört, weil er Produzent werden will. Und die letzten drei Jahre haben wir immer einen Film von ihm gezeigt am ZFF. Und auch mit den Aden Schildknecht habe ich einen guten Kontakt. Der Felix Müller hat ja dann noch das Buch geschrieben, Hollywood and the Limat, wo er die ganze Geschichte erzählt vom Zürich Filmfestival. Und die haben dann beide quasi im Sinn von Oral History Auskunft gegeben über die Pionierzeit und die Gründerjahre. Ich freue mich, dass es im Guten weitergegangen ist, dass es da nicht so einen Bruch geht, weil das ist, ob das ein Filmfestival ist oder ein Geschäft, wenn du übergibst. Und es ist nicht im Guten und es gibt einen Bruch. Das ist meistens kein gutes Zeichen für die Kundschaft nicht, aber auch für die Event oder das Geschäft selber. Ich habe es vorhin gesagt, du hast das ZFF so richtig zum Erfolg gebracht. Wie war das am Anfang, als du das Zepter übernommen hast und dann wirklich das Vorantreiben hast, das Ganze? Es ist ja wirklich, wenn man es vergleicht zu vorher, ein unglaublicher Schritt, den ihr da gemacht habt. Ja, das Fundament ist gleich gewesen. Ich hatte dann allerdings ein schwieriger Start, weil, als ich übernommen habe, am 1. Januar 2020, hatte ich sieben Wochen Zeit, noch in der Pandemie ausgebrochen, beziehungsweise ausgebrochen ist es schon gewesen, aber dann sind wir gerade im Homeoffice gewesen. Das ist ein Moment, wo ich nie wieder vergessen werde. Man hat ja im Leben, ich glaube, jeder von uns, die zwei, drei Momente, wo jeder weiss, wo er oder sie gewesen ist. Das ist auch nicht, wo die Lady Di gestorben ist, zum Beispiel. Und bei mir war es, ich hatte einen Flug, wo ich heute auf L.A. durchmachen soll, bei den Studios. Auf das habe ich mich sehr gefreut. Und am Tag vorher mache ich das Radio an und dann heisst es, the borders are closed. Donald Trump hat das hier gesagt in den News wegen der Pandemie. Und ich dachte zuerst, na gut, bis morgen werden sie wieder offen sein. Und dann konnte man ja zwei Jahre nicht mehr in die USA oder nur mit stichhaltigen Ausnahmebewilligungen. Und statt, dass ich irgendwie Warner Brothers Paramount Universal die Studio Tour gemacht habe in L.A., war ich auf Zoom und musste da Zoom-Meetings machen mit Amerikanern, die das Gefühl hatten, in Europa top der dritte Weltkrieg. Die sind ja total verängstigt gewesen. Niemand ist mehr gereist und von dem her ist das ein bisschen ein schwieriger Start gewesen. Hat aber auch den Vorteil gehabt, ich habe mich ja dann dafür entschieden, dass wir es durchziehen, dass wir die Festival-Ausgaben machen, auch in der Pandemie. Und das ist auch sehr gut gegangen. Hat dann den Vorteil gehabt, dass ich gar nicht mehr so verglichen worden bin mit meinen Vorgängern, sondern es ist gerade von Anfang an etwas Neues gewesen, weil unter besonderen Bedingungen. Und ja, ich würde sagen, es ist ein Challenge gewesen, aber wenn man Hürden überwinden kann, kann man sich auch beweisen. Und so habe ich dann relativ schnell den Respekt genossen von Leuten, die gefunden haben, hey, Chapeau, dass sie das durchgezogen haben. Ja, wahrscheinlich ich habe gerade den richtigen Mann, der eben dann da übernommen hat, um dich hören zu müssen. Ich meine, dass du richtig bist für das ZFF, das ist ja klar. Ja gut, ich muss dazu natürlich noch sagen, da hat sich natürlich in der Kulturszene den Unterschied gezeigt zwischen den Hochsubventionierten, wo alle gerade in Kurzarbeit gegangen sind und einem Filmfestival wie dem ZFF, wo damals mal zu 93% privat finanziert war. Wir wollten natürlich den Sponsoren die Gegenleistung bieten. Wir haben Mercedes, die die Autos zur Verfügung gestellt hat. Und die Gegenleistung ist der Event, dass sie Stars zum grünen Teppich bringen können, dass sie ein Publikum haben, das das zur Kenntnis nimmt. Und wir konnten nicht einfach in Kurzarbeit gehen und ins Homeoffice, weil der Worst Case für einen privat finanzierten Kulturanlass ist, wenn du aussetzen musst. Und das weiss man ja auch aus der Forschung, wenn du dich etwas abgewöhnen willst, das dauert 18 Monate. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand raucht, dann kann er eigentlich nach 18 Monaten sagen, ich bin jetzt ein Nichtraucher. Und die Pandemie ist zwei Jahre gegangen, also länger als die 18 Monate. Und das ist wahnsinnig gefährlich. Und man hat das auch gesehen, die, die jetzt zwei Jahre kein Festival haben können, ob das ein Filmfestival war, oder ein Musikfestival, die hatten wahnsinnig Mühe gehabt, zurückzukommen. Wir haben es zweimal gemacht, haben logischerweise weniger Besucher gehabt, als vorher, weil man hat dann Sitz freilassen und Zertifikatspflicht gehabt hat. Und die Hälfte der Bevölkerung hat keine Ahnung gehabt. Also diese Leute konnten gar nicht kommen. Aber wir waren doch noch top of mind. Wir waren sichtbar, wir waren da. Und wenn wir jetzt die Bilanz ziehen und zurücksehen, viel besser durch die Pandemie durchkommen, wie die, die, also wenn zum Beispiel Klassiker, die Theater, die haben sich nicht mehr erholt. Das ist wahrscheinlich eh schon ein bisschen im Sinkflug gewesen, aber durch die Pandemie hat es eine totale Entwöhnung gegeben. Ja, und da bin ich eigentlich froh, dass wir es machen konnten, trotz dieser garstigen Bedingungen. Oder auch die Kinobranche, die sich wieder wieder aufbauen nach dem Ganzen. Das war ja schlimm. Ja, es sind ja sehr viele Kino zugegangen und das Frame, den du erwähnt hast, das war ja vorher ein Kosmos, wo dann auch im Konkurs gegangen ist nach der Pandemie. Und wir haben das übernommen und wieder mit dem letztjährigen Zürich Filmfestival wieder eingeweiht und betreiben jetzt das hier in Europa. Das Frame, das werden wir nachher noch ganz genau reden, ist nämlich ein wichtiger Meilenstein, auch bei dir für die Zukunft, aber auch ein bisschen in der Vergangenheit. Ich will nicht zu viel verraten, also es lohnt sich, dranbleiben an dieser Stelle, wenn man noch ganz kurz ein bisschen zum Erfolg redet, wo du eben mit dem ZDF in den letzten Jahren hast du auch weiterbringen. Was hast du anders gemacht als deine Vorgänger, Vorgängerin? Das habe ich anders gemacht. Ich habe wie versucht, also vorher ist das Zürich Filmfestival praktisch exklusiv über die Stars definiert worden, wer ist da, wer ist auf dem roten Teppich. Ich habe auch gerne Stars, aber versuche immer noch ein bisschen mehr über die Filme zu kommunizieren und nicht nur so, boah, die sind da, sondern irgendwo, ohne Film, müsste es ja auch nicht kommen. Ich habe auch versucht, Regisseurinnen und Regisseure ein bisschen mehr ins Zentrum zu rücken und bin generell schmerzfrei im Kommunizieren. Ich glaube, eine Kulturinstitution braucht ein Gesicht, im Guten wie im Schlechten, muss man da hinstellen. Wenn es gut läuft, kommt man da Applaus rüber und wenn nicht, eins auf drüben. und ich war dort ein bisschen offensiver, was die Kommunikation betrifft. Inhaltlich habe ich aber nicht wahnsinnig viel geändert. Ich glaube, Karl Spöri und ich haben ungefähr den gleichen Filmgeschmack. Ganz wichtig beim Zürich Filmfestival, wir haben eine positive Einstellung zu Hollywood. Ich sage immer, Hollywood macht die besten und die schlechtesten Filme, die es gibt. Wir müssen uns halt auf die guten fokussieren und darum ist das, glaube ich, inhaltlich ist da Kontinuität da gewesen und der neue Kopf ist ein bisschen präsenter gewesen, vielleicht in den Medien. Absolut. Das hat aber natürlich auch nochmal mit dieser speziellen Situation zu tun, der Pandemie. Ich meine, wir sind das erste Filmfestival weltweit gewesen, wo wieder physisch stattgefunden hat mit dem Erfolgprogramm. Nicht irgendwie, früher hat man 180 Filme gezeigt und jetzt zeigen wir noch 30 und das hat natürlich auch wahnsinnige Aufmerksamkeit gegeben in dem Jahr. Und natürlich auch von deinem Background her natürlich jemand, der wirklich Filme lebt und liebt. Ja, ich habe halt immer schon gerne über Filme diskutiert und geredet. Ich habe ja zwei grosse Leidenschaften, würde ich sagen, im Leben, Fussball und Film. Und über beides kann man gut reden und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was ein bisschen ansteckend wirkt. Ich habe immer gemerkt, die Leute schätzen es eigentlich, wenn du ihnen sehr persönliche Filmtippe gibst. Filmkritik ist ja nicht eine SDA-Meldung, die sehr neutral ist, sondern da muss man Farbe kennen, ob man den Film gut gefunden hat oder nicht. Und von dem her ist das nach 25 Jahren Filmkritiker sein auch ein guter Wechsel gewesen, weil mit der Zeit willst du auch nicht mehr den kleinen Film, den eh niemanden schaut, verreissen, sondern über die Filmrede, die du gerne hast, die du gut findest. Und das geht besser als Festivaldirektor wie als Filmkritiker. Und wir glaube, jetzt haben wir mal den Moment, wo wir einmal gratulieren. Jetzt reden wir die ganze Zeit über das ZFF 20 Jahre, Happy Birthday, unglaublich, als am Anfang kurz erwähnt. eine extreme Zeit für dich auch, viel Termin, viel Action, viel Los, Premiere. Bist du überhaupt einmal ein bisschen zum Feiern gekommen jetzt, bei diesem grossen Geburtstag? Ja, ich habe dann schon, an mir sind ja Award Night, genehmige ich mir auch ein Glas. Aber sonst schaue ich, dass ich gesund lebe, trinke vor dem ZFF, also ich höre immer 100 Tage vor dem ZFF auf, Alkohol trinken. Einerseits ist es gut, um den eigenen Willen zu testen, weil ich auch eigentlich gerne wein, aber es tut auch gut, sich ein bisschen in Verzicht zu üben. Aber es hat einen vielmehr praktischen Grund, da wir ja sehr viel mit Los Angeles zu tun haben, das ist 9 Stunden Zeitverschiebung. Die meisten Calls sind am Abend und wenn du zum Beispiel um halb zehn einen Call hast und um halb sieben isst du eine Pizza und trinkst zwei Gläser rote Wein, dann bist du einfach ein Schlafiduck in diesem Call und nicht wirklich gut in den Verhandlungen und darum, ja, in dieser Verzicht hat eigentlich den schönen Effekt, dass man wirklich wacher bleibt und klarer denken kann. Hast du das jetzt immer durchziehen in den letzten Jahren mit den 100 Tagen? Ja, das habe ich eigentlich immer durchgezogen. Vielleicht gibt es einmal eine Ausnahme, also wenn wir haben so einen Gönner bei uns und der hat mal einen wirklich super feinen, sehr teuren Bordeaux Wein aufgemacht, dann habe ich mir also auch ein Bläschen genämmigt, weil ich nicht jeden Tag einen Bordeaux trinken kann, der 1000 Franken kostet, aber nein, sonst habe ich es eigentlich schon durchgezogen. Schön, auch dass du das wirklich auch kannst, das kommt eben wieder dein Lebensprinzip und auch das, du ziehst etwas durch, du redest nicht nur davon, sondern du machst es auch. Ja, das ist so, ich glaube, ich bin da relativ hartnäckig, also wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, dann will ich es auch erreichen, und aber ich glaube auch ein bisschen, man hat ja, also ich habe einen schönen Job mit vielen Privilegien, aber ich möchte ja denen, denen mir das Vertrauen schenken und vor allem der Stadt Zürich und den Filmfans auch etwas bieten mit dem ZFF und dann ist es nicht mehr als recht, wenn sich der Direktor übrigens auch nach innen als Vorbild am Riemen reisst und sein Bestes gibt, das ist ein bisschen wie im Fussball, ich meine, am meisten regen sich die Leute auf, wenn der Stürmer nicht mehr rennt ab der 60. Minute und ich glaube, das ist etwas, was auf dem Platz Zürich auch gefragt ist, wenn du Leistung zeigst, dann wird das estimiert und wirkt dann motivierend auf die anderen. Ja, und Leistung sieht man natürlich auch eben mit den Stars, die du auch jedes Jahr wieder kannst als ZFF holen nach Zürich, sei das jetzt beim 20-Jährigen, aber auch wie der Vergangenheit, um noch ein paar wenige Namen zu nennen, Sharon Stone, Johnny Depp, Sylvester Stallone, bis eben das Jahr Richard Gier, wie machst du das eigentlich? Wie holst du die Leute auf das Zürich? Also am Anfang steht immer ein guter Film und den laden wir ein und dann schauen wir natürlich, ob Schauspielerinnen und Schauspieler auch können kommen, dann schickt man eine Einladung, in einem von 100 Fällen kommt eine Antwort, also das ist zum Beispiel bei Sharon Stone wirklich ein Lucky Punch gewesen, ich habe die Einladung rausgeschickt und zwei Minuten später hat sie geantwortet, count me in, SS, dann verschickst du ein bisschen, SS, Sharon Stone, aber der Normalfall ist, du gehörst eigentlich gar nichts und dann musst du dir überlegen, wer könnte gut das Wort einlegen für Zürich, wer ist schon mal am Festival gewesen, kennt das und hat vielleicht schon mal mit Sharon Stone gearbeitet und ja, am Schluss ist das ein Adressbuch-Business beziehungsweise als Festivaldirektor musst du so viele verschiedene Skills haben, du musst natürlich ein Filmkenner sein, sonst kannst du nicht ein Kurator sein, das ist einmal die Basis, aber du musst auch ein bisschen ein Diplomat sein, ein Unternehmer, musst Ideen haben, wie man an die Leute herkommt, musst du ein guter Networker sein und ja, wir haben halt wirklich viele Fürsprecher oder viele Leute, die das ZFF gerne haben in Hollywood und die auch helfen können, sei sie die Türen aufmachen, damit du das Meeting bekommst oder sei sie die Einladung direkt am Star weiterleiten und so klappt das auf verschiedene Arten. Fast jemand vom schwierigsten war der Mats Mikkelsen, weil da haben wir dauernd ein Nein bekommen und da haben wir immer noch mal überlegt, wer gekannt hat und dann haben wir noch einen dänischen Produzenten gehabt, der schon viel in Zürich war und der hat dann auch noch auf ihn eingeredet und am Schluss hat es dann geklappt und lustigerweise macht er jetzt ja die Werbung mit dem Roger Federer für Schweizer Tourismus und da sind wir glaube ich nicht ganz unschuldig, weil ich habe denen auch erzählt, hey, also Mats Mikkelsen hat es mega gefallen in Zürich und der ist ja letztes Jahr da gewesen und im Oktober noch in den See eingekumpelt und haben denen auch Koordinaten vom Management und was macht er jetzt in dem Dings, oder er ist im See am Baden im Bergsee notabene die haben das dann in St. Moritz getreten und da bin ich froh dass wir noch ein bisschen haben können etwas dazu beitragen dass der jetzt noch Imagewerbung für die Schweiz macht ich verbinde es auch ihr zeigen eigentlich den Stars aus dem Ausland wie schön die Schweiz ist und sie verlieben sich in das Land ja das ist mir ein Anliegen dass sie immer auch noch etwas von Zürich sehen oder von der Schweiz also mich fragen immer was haben sie für Interesse und machen dann Vorschläge wenn ihr nicht noch dieses oder jenes gesehen und das Interessante ist auch dass ich eigentlich durch die Augen unserer internationalen Gäste meine eigene Stadt Zürich neu entdeckt habe weil ich nie auf dem Schirm hatte der eine will das Geburtshaus oder die Villa vom C.G. Jung anschauen in Küsnacht ich habe mir nie in den Sinn gekommen dass das etwas Spezielles ist aber wenn du natürlich Jungianer bist oder irgendwie Psychologie studiert hast ist das natürlich interessant ein anderer wollte die Villa Wesendonk in der Engel wo der Wagner die berühmten Wesendonk-Lieder geschrieben hat Wesendonk war ja so ein Industrieller der quasi den Wagner beherbergt hat und dann die Frau ausgespannt andere gehen die Jogal-Fenster anschauen was ich auch immer mache ist dass ich wenn die Jury ankommt am Montag Mittag treffen die sich zum ersten Mal das mache ich immer bei einem Mittagessen im Zunfthaus zur Zimmer rufen und dann gibt es Zürich-Schnetzels ich kann also als ich übernommen habe habe ich das Filet de Boeuf von der Karte gestrichen vom Speisszettel das Filet de Boeuf gibt es auch in Los Angeles und in Paris aber das Zürich-Schnetzelte oder mindestens so original das gibt es halt eben nur in Zürich und wenn du dann den Amerikaner sagst das Zunfthaus da ist im Fall 850 Jahre alt dann verrecken die Skier und nehmen das Handy und machen Fotos und Zürich es ist ja noch spannend wir sind eigentlich ist das ZFF gleich wie Tourismus Destination Zürich wir sind eine Secondary Destination wir sind nicht London Paris oder Rom aber wir sind für all die die, die schon mal da waren sind sehr eine angenehme Stadt und übertragen auf die Festivalwelt wir sind nicht ganz Berlin oder Venedig aber nachher ist Zürich ein guter zweiter Stopp für einen für einen Film vor allem für die die auf die Oscars gehen und wir haben ja oft die Europapremiere von Filmen die in Toronto die Weltpremiere hatten und bei uns ist alles so übersichtlich kleinräumig es funktioniert wir haben einen guten Flughafen und das ist eben etwas das die internationalen Gäste und die Stars extrem schätzen der Johnny Depp das ist ein konkretes Beispiel der kann im Dolder oben ohne Bodyguards im Wald wo bitte sehr kann der das in Frankreich auf jeden Fall nicht und in Amerika schon gar nicht also sie fühlen sich wirklich sicher da in der Schweiz und ihr könnt ihnen das wahrscheinlich auch ein bisschen vermitteln du sagst wahrscheinlich du kannst dich da wirklich frei bewegen die Schweizer die sind zurückgehalten wie ein Tourguide in der Nacht ja das ist es so ich bin natürlich da auch der Gastgeber oder quasi der Lokalpatriot der auch die Stadt mitpromote das ist übrigens im Bereich von den Filmfestivals gang und gäbe ich meine Gründungsidee hinter Filmfestivals es gibt ja wie zwei Ideen die diesem Phänomen Filmfestivals zu Grunde liegen die sind ja alle also das erste war Venedig 1932 gegründet und die anderen nach dem Krieg so im Geist von der Völkerverständigung im Kalten Krieg hat sich Ost und West an den Filmfestivals getroffen und das andere ist ein Handfest ein Handfest touristisches Interesse gewesen wo sind denn die alte gesessenen Filmfestival ja überall dort wo es ein Strand und Grand Hotel hat wo man in der Nebensaison wollte die Hotelzimmer füllen also in Gann in Karlsbad in Tschechien oder in San Sebastian und darum sage ich mir ja wir können ja ruhig ein bisschen touristische Werbung für Zürich machen und wie jetzt das Beispiel von Mats Mikkelsen gezeigt hat oder auch das von Eddie Redmayne der Eddie Redmayne wo er vor zwei Jahren da war und das Goldige Augen entgegengenommen hat hat mir nachher erzählt seit er am ZFF war also er ist schon als junger Bübel wo er eigentlich noch gekellnert hat im Pub und gar nicht gewusst hat ob das etwas wird mit der Schauspielkarriere hat er die allererste Einladung von seiner Karriere hat er als ZFF nach Zürich 2008 ist er mit dem Film Savage Grace und Julian Murkow und seit hier kommt er jedes Jahr mit seiner Frau einmal auf Zürich weil er die Stadt so mag und geht ins Opernhaus und ins Kunsthaus und so weiter Da haben die wirklich eigentlich eine Brücke geöffnet sozusagen dass er sich privat wirklich sehr interessiert und das auch gut verbinden das Interesse eigentlich ZFF und Stadt Genau und das ist ja ganz in unserem Interesse wenn die Zürich gerne haben haben sie mit dem nächsten Film immer einen Grund mehr zum zurückkehren als nur den Filmpromoter sie wollen auch wieder einmal auf Zürich die schöne Stadt und ja natürlich hilft es dass wir auch sehr schöne Hotels haben Stolders Ethnolax Bororax weiter das sind nicht Franchise Hotels so Kettenhotels die auf der ganzen Welt gleich aussehen sondern die sind individuell geführt die haben einen Charakter und das ist natürlich auch Teil der Volksstory vom Zürich Film Festival Ich muss mal behaupten bei Sylvester Stallone bist du vielleicht ein bisschen nervöser gewesen als bei den ganzen anderen Stars er spielt ja doch in deinem Lieblingsfilm Rocky mit Ja da bin ich ja noch nicht Direktor war als er da kam 2008 aber ich mag mich noch genau an den Abend erinnern da sind wirklich im Corso 1 sind alle auf den Stühlen gestanden und haben Rocky Rocky skandiert das ist wirklich eine wahnsinnige Stimmung und ich glaube ich glaube Sylvester Stallone war auch sehr gerührt und gärt für ihn hat Karl Spöri damals übrigens den Preis erfunden den Golden Icon Award den es ja bis heute gibt und der eigentlich der schwierigste Preis ist zum einen Preisträger zu finden weil es muss wirklich eine Ikone sein vom Kino du kannst den Film nicht Bellwood Test machen also wenn du an Bellwood 100 Leute fragst wer ist Kate Winslet dann müssen sie 90 kennen dann hat der Star quasi den Bellwood Test bestanden und ist ein würdiger Preisträger für den Golden Icon Award dann kann man ein bisschen abschätzen doch es ist würdig genug für den ehrenvollen Preis den ihr da ja und wenn du die Liste nachschaust also jetzt die Preisträger aus den letzten Jahren Sharon Stone kennen glaube ich 90 von 100 Kate Winslet auch wer hat den schon gehabt der Michael Douglas der Sean Penn das hat eigentlich eine gute Flughöhe der Preis natürlich den Schwarzenegger und der Stallone wer trifft dich mit diesen internationalen Gästen einem Ednolek wie ist das eigentlich wenn man immer so ein bisschen um schöne und reiche umgehen ist dass man selber eben nicht abhebt und denkt ja jetzt ich weiss du hast natürlich den Background von früher ich bin jetzt nicht einer der abhebt aber wir gehen immer nach der Preisverlegung mit den Stars zu Nacht essen und dort merkt man dass das eigentlich ganz normale Leute sind so wie du und ich also ich meine Mats Mikkelsen zum Beispiel der hat dann die Krawatte wieder abgezogen und ist auch mein eigenes zu rauchen und irgendwann hat er gesagt oh Christian du siehst so müde aus du kannst also ohne Gesichtsflust gehen ich glaube du solltest schlafen also das ist dann eigentlich sehr 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 normal und oft ist das ganze Getue kommt auch mehr von der Entourage und den Publicists und Managers und wenn die Leute da sind die sind eigentlich wie du und ich und ganz froh wenn sie auch ganz normal können am Tisch sitzen und wie jeden anderen auch die Speisskarten anschauen und nicht immer so das Getue ist um sie herum das hast du eigentlich auch gar nicht so gerne oder du als bodenständige Person ja ich habe immer ein bisschen Probleme oder mir missfallen Leute die aufschneiden die sich aufplustern die wollen mehr als mehr erscheinen als sie wirklich sind also ich bin da jemand auch als vorgesetzter eher ein bisschen streng aber wenn ich auch sehe dass jemand liefert dann grosszügig und ja ich habe nicht gerne die Blendertypen sondern ich habe wirklich gerne auch Machertypen ich lese zum Beispiel sehr sehr gerne Biografien also Romäne lese ich eigentlich praktisch kein mehr weil durch das ich so viele Filme Spielfilme schaue ist mein Bedarf an Fiktion abgedeckt und wenn ich Zeit habe zum Lesen tue ich sehr gerne Biografien lesen auch also jetzt nicht nur über Filmstars oder Regisseure sondern über irgendwelche Leute wo ich gar keinen Bezug habe ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit über den J. Paul Getty gelesen das war ein Ölunternehmer und ein grossindustrieller in Amerika der mit Öl in Texas reich wurde und dann das Getty Museum gegründet hat das eins von meinen Lieblingsmuseen ist ich habe jetzt weder etwas mit Öl am Hut noch bin ich der ultimative Kunstaffissionado aber ich finde Biografien lesen immer spannend vor allem dann wenn auch Bruch oder das Versagen Bruchstellen und das Versagen thematisiert wird weil man halt auch viel für sein eigenes Leben lernen oder daraus ziehen oder sich überlegen wie hätte ich jetzt an dieser Stelle gearbeitet und das ist interessant als ich Journalist war ich habe immer eine lustige Transition gemacht habe ich viele Jahre für den Blick geschrieben und bin dann nachher quasi von der Dürfow-Strasse auf die Falkenstrasse gegangen und ich kann unter dem Felix Müller bei der NZZ am Sonntag bin ich auch Frontredakter gewesen und manchmal als Ersatz Blattmacher und wenn ich Blattkritik gemacht habe oder ein Interview gelesen habe habe ich oft gesagt wir sind die NZZ natürlich müssen wir auf das Relevante fokussieren aber man sollte wenn man ein Interview macht nicht nur am Funktionsträger interessiert sein sondern auch am Mensch weil immer dort wo es Menschen hat wird es ja spannend und letztlich sind auch Sergio Hermotti und Bob Eiger einfach Menschen und man spricht ja nicht nur über den Aktienkurs sondern ich finde es ja vielleicht spannend dass Sergio Hermotti gerne Fussball hat und im Fussballklub sitzt eigentlich schade dass der Journalist an dir verloren gegangen ist aber umso besser dadurch dass die ZDF die Ethics können das ja schon auch noch fruchtbar machen ich muss ja auch über Filme reden oder über Filme schreiben oder wenn ich auf der Bühne stehen Interview machen mit den Gästen und da finde ich sonst etwas angenehm auch bei dir du hast jetzt da deine Notizen das habe ich auch immer gehabt und trotzdem kannst du dich aufs Gegenüber konzentrieren und dem Gespräch folgen mühsam sind ja wie die 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 immer statt dass sie die Antwort zuhören schon überlegen was sie fragen als nächstes und dann der Zuhörer findet dann wieso fragt er jetzt da nicht an jetzt wäre es doch gerade spannend geworden etwas was nicht auf dem Kärtchen steht oder die spontanen nein das ist so du hast vorher Sport erwähnt das finde ich auch sehr toll bei dir du bist ein absoluter GC-Fan ja er ist wirklich GC-Fan und neben dem dass du dir natürlich Mitglied bist auch noch immer in der Sektion vom Tennis bist du auch noch aktiv unterwegs wo hat dich das Fieber gepackt mit GC ja auf der Schützenwiese mein Vater hat mich immer mitgenommen an die Match in Winterthur die Sulzerarbeiter haben eine Saisonkarte vom Arbeitgeber und ich weiss wenn ich schon als kleiner Knopf auf der Schulter von meinem Papi bin ich Fussball schauen und interessanterweise bin ich GC-Fan geworden das muss irgendwie Ende 70er Jahre gewesen sein oder Anfang 80er Jahre an einem Match Winterthur-GC wo GC verloren hat auf der Schützenwiese hast du gefunden die sind Zuppe und irgendwie ich kann das jetzt nicht einmal erklären hat mich einfach der Club fasziniert ich gebe jetzt ein bisschen Retrospektiv und wenn man es analytisch erklären ist natürlich schon so also GC war ja damals der Nobelklub der Rekordmeister all paar Jahre Meister Gebsiger oder gerade beides miteinander und nachher als ich studiert habe vor allem im Geschichtsstudium habe ich so eine Jassrunde mit Kollegen aus gutem Haus die sind am Zürichberg aufgewachsen und alle FZZ-Fan und ich quasi das Arbeiterkind aus dem Block bei GC-Fan und da gibt es so einen sozialen Hiatus das Rich Kid aus gutem Haus findet es eben wahnsinnig spannend mit der Bierbüchse in der Südkurve ein bisschen Basisluft zu schnuppern während die von unten quasi haben es wahnsinnig spannend gefunden den grossen Club der etwas verkörpert und das siehst du ja bei den Italienern die in die Schweiz gekommen sind oder bei den Spaniern Papi aus Lecce oder Barri aber man ist Juventus Turim Fan oder AC Milan weil das sind die grossen Clubs die ein bisschen Grandeza verströmen oder der spanische Sekundo aus Galicien sind ja die meisten Spanier gekommen also das ist die Region oben links oben noch Portugal die sind ja nicht La Coruña Fan wie der Papi sondern eben Real Madrid oder Barcelona und heute muss ich sagen bin ich eigentlich von einem Mehrheitsgei weisst du so ein Bub relativ bürgerlich GC Fan zu einer totalen Minorität geingeworgen weil heute ist GC also ich meine da würde ich sagen auch in Zürich war es vielleicht 50-50 oder 60-40 heute ist 85% FZZ Fan und 15% wenn überhaupt an GC da hat sich einiges verändert aber dennoch du gehst mit der Mannschaft mit du unterstützt du unterstützt die Mannschaft du hast deine Freundschaften die du auch pflegen kannst also es ist ein super Ausgleich für dich auch ja ich habe übrigens während der Dissertation als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe hat das angefangen dass ich auch an die Auswärtsmatch bin auf Luzern und so und das war einfach ein gutes Jahr um sich ablenken um ein bisschen abschalten und auf andere Gedanken kommen und ja wenn du im Stadion sitzt dann ist das ZFF oder Doktorarbeit oder was immer ist ist dann weit weg das hat ja so eine gewisse Sorge und bei GC schätze ich auch die Werte die Sportsmanship die britische Sportsmanship Fairness und es ist auch ein cooler Club weil es ist ein polisportiver Club mit zwölf Sektionen und ich sehe da mindestens drei rein also wie du sagst ich bin ja beim Fussball Mitglied auch im Donnerstagsklub und beim Tennis und meine Tochter spielt bei GC Basketball und Tennis zum Beispiel das ist wirklich so gesellschaftlich High-End das sind die Seitz, Müller, Mölz von dieser Welt und im Basketball das spielt sich dann auch rein geografisch eher in Seebach, Schwammendingen und Urlik ab hast du sehr viele Leute mit afrikanischen Wurzeln oder vom Balkan und trotzdem haben die alle die gleichen Farben und sind Mitglied im gleichen Club und das fasziniert mich Das ist eigentlich wie dein Leben oder der Club wie der Spiegeldeich beide Seiten die eher in einem anderen Leben stehen beruflich vielleicht auch wohnhaft finanziell und dann die andere Seite Aber das ist ja genau das coole AGC und das war schon zu den grossen Zeiten es hatte viele akademische Sprössling also ältere Semester erinnern sich das war ein guter Stürmer ein Jurist aber du hast natürlich auch immer die Wanderer gehabt der Richie Cabanas war ein spanischer Sekondo aus dem Kreis Caip und im Sport heben sich die Herkunftslinie auf und das ist der auf dem Feld der am besten spielt und insofern erfüllt der Sport auch eine wichtige integrative Funktion du kannst natürlich die geschietesten Programme ausdenken aber lasst euch die Kinder schutten oder Sport treiben meine Tochter ist im Basketball die haben ukrainische Flüchtlings Kinder und am Anfang konnten kaum Deutsch und heute reden die Zürich und sind voll integriert und der Sport gab ihnen einen Way in in unsere Gesellschaft Ist das für dich auch wichtig dass die unterschiedliche Menschen von anderen Herkunft Lebensstil Leute Flüchtling wenn sie dann an die Spiele kommen mit den Kindern auch mal kannst in Kontakt kommen dass vielleicht mal die andere Seite Ja absolut ich glaube eine Stärke von mir oder eine Eigenschaft ist dass ich irgendwie ich kann es mit ganz vielen verschiedenen Leuten sei das herzkunftsbedingt oder und das ist heute gar nicht mehr so selbstverständlich auch wie sie denken oder die politische Couleur ich habe ehrlich gesagt ganz gut mit jemandem zusammen sein der anders abstimmt und wählt an sich und muss mich nicht die ganze Zeit aufregen und gesamtgesellschaftlich gehen wir aber volle Pulle in eine andere Richtung die Bubble Bildung die natürlich durch Social Media begünstigt wird dass du eigentlich nur noch dich mit denen austauschst die es gleich sehen wie du oder oder aufeinander prallst und das führt zu einer gewissen Radikalisierung ja das verfolge ich mit grosser Besorgnis und jetzt ein bisschen romantisch gesprochen kann man doch sagen im Kino im Fussballstadion und vielleicht noch in der Kille sind die letzten Bastionen wo Leute aus völlig verschiedenen Himmelsrichtungen und mit völlig verschiedenen Background zusammenkommen und den gleichen Match schauen oder den gleichen Film schauen oder den gleichen Gottesdienst beiwohnen und ich glaube wir brauchen so Sachen und Formate wo die Bubbles aufgebrochen werden und die Leute irgendwie zusammen etwas erleben weil die Atomisierung der Gesellschaft in die Bubbles das ist wirklich ein bisschen ein Problem und die ganze Polarisierung wie sie jetzt auch im amerikanischen Wahlkampf voll zum Tragen kommt ich gehe ja viel auf Amerika und ich meine das Land ist immer polarisierter geworden und das ist einfach ja das ist das ist ein Problem und ich hoffe sehr dass es nicht zu einem Bürgerkrieg kommt muss ich ehrlich sagen wenn ich mir überlege Trump würde jetzt nicht gewählt ich kann mir vorstellen dass ich im Süden langsam die Sicherung durchbrennen bei gewissen Leute die haben am ZFF den Film Homegrown über so einen Dokumentarfilm wo drei Proud Boys porträtiert werden die wähnen sich in einem Revolutionskrieg und es ist schon ein bisschen scary wenn man sich dann so in Interessengruppen und Bubbles zurückzieht dass man eigentlich regrediert als Mensch hat und eben eigentlich nicht zusammen etwas erleben und vielleicht diskutieren auf einer normalen Basis oder ohne dass man da absolut und das ist ja eigentlich etwas Schönes an der Schweiz auch mit dem Regierungssystem wo die vier wählerstärksten Parteien zusammen eine Regierung bildet man hat ja jetzt gesehen in Deutschland mit der Ampel das geht überhaupt nicht und bei uns sind die Jahrzehnte jetzt kann man sagen es ist ein bisschen langweilig aber ehrlich gesagt wäre es lieber ein bisschen langweilig als die permanente Action und Polarisierung die ja auch wahnsinnig ermüdend ist und am Schluss ja nur dazu führt dass Polparteien die ziemlich politikale sind immer mehr die Leute aus der Mitte können zu sich rausziehen jetzt haben wir etwas erlebt hast du gerade vorher erwähnt kommen wir noch mal kurz zurück zum ZFF heute ist ZFF natürlich das grösste Filmfestival der Schweiz wir haben dennoch noch Solothurn und Locarno wo es schon viel länger gibt aber die sind vielleicht wenn man es vergleicht irgendwo mal ein bisschen da geblieben vielleicht ich behaupte ich jetzt mal so in die Luft ein was könnt ihr vom ZFF lernen ich glaube am Anfang ist ja das ZFF belächelt worden weil es privat finanziert war von der Wirtschaft dreht es ist ein bisschen kommerziell ja es ist ein bisschen der Pöbel und heute wo das Kino nicht mehr Gott gegeben ist und um die Gunst vom Publikum aus Poulen könnten die vielleicht ein bisschen von uns lernen dass es noch ganz gut ist wenn du privat finanziert bist da kannst du nämlich nicht irgendwo esoterisch an den Leuten vorbeiprogrammieren oder irgendetwas ins Blaue rauskuratieren sondern du musst dich darum kümmern dass die Filme ja auch von jemandem gesehen werden und es hat ja immer geheißen als ZFF das Bewundernswerte ist vor allem die Marketingleistung aber ich sehe das eigentlich positiv wir schaffen es als einziges Filmfestival in der Schweiz behaupte ich jetzt mal eine ganz breite Palette an Leute zu erreichen wir haben die Schulklasse aus Schwammendingen wir haben Kinder aus Altstädten wir haben aber auch reiche Leute von der Goldküste oder vom Zürichberg und um es im SP-Duktus zu sagen wir sind inklusiv und diverse und ich glaube von der Diversity die das ZFF hat könnten die anderen sich vielleicht eine Scheibe abschneiden weil Locarno blöd gesagt wenn du nicht gerade aus Locarno selber bist das musst du dir auch zuerst mal leisten dort runtergehen musst du anreisen und die meisten die dort sind haben noch irgendwo ein Häuschen oder eine Wohnung eine Eigentumswohnung und von dem her sind wir viel niederschwelliger und ja früher hat man das ins Lächerliche gezogen und heute merkt man wo die Kultur ja also auch die Subventionen die sind ja unter Druck weil wie soll ich sagen wir haben eine Inflation jetzt haben wir die AHV-Revision durchgewunken jetzt muss man schauen wie finanziert man die und der Verteilkampf um das Geld vom Staat der wird sich zuspitzen und dann wird auch vermehrt geschaut ja wo ist das Geld überhaupt gut investiert wo erreicht es den Zweck und da glaube ich spielt Grosswetterlag am ZFF wo wegen diesen Sachen am Anfang belächelt worden ist uns eigentlich heute in die Karte eben so ein bisschen das Zusammen von allen Schichten eigentlich der GZ touch auch oder indirekt holst du eigentlich deine Inspirationen am lieblingsfestival entgegen ja es ist sicher ein grosses Vorbild so das nebeneinander von Kunst und Kommerz von Glamour und Substanz Inspiration komme ich aber oft auch über wenn ich reise wenn ich mein gewohntes Umfeld verlassen immer die besten Ideen im Flugzeug und darum habe ich immer ein smalles Kind vorbei dass man das Zeug aufschreiben kann und nachher nicht dass es irgendwie vergessen geht und natürlich sind Begegnungen mit anderen Menschen interessiert bleiben neugierig bleiben Fragen stellen nicht immer nur am Senden sein sondern vielleicht auch mal die anderen Fragen und das hilft oft auch zum auf neue Ideen zu kommen und dann wirklich auch siehst das wäre jetzt etwas was man auch im ZFF könnte machen oder ähnlich aufgleisen zum Beispiel genau und darum finde ich es auch wichtig dass meine Programmerinnen und Programmer auch reisen in andere Städte können Produzentinnen und Produzenten treffen und wo ich noch bei der Zeitung war zum Beispiel als Kulturchef habe ich auch immer gefunden gehen draussen nicht Zoom Interviews machen sondern auf London reisen und den Ken Loach selber treffen weil du erfährst einfach mehr wenn du wenn du jemandem physisch gegenüber sitzst plus was ja bei Zoom wegfällt ist so der Anflug und das Gespräch danach und bei Felix Müller der ein publizistischer Mentor war von mir habe ich auch gelernt die besten Ideen für eine Zeitung entstehen nicht in der Sitzung sondern am Kaffeeautomat im Stegenhaus am Eingang unten beim Bier und gute Journalisten sind auch immer Journalisten die draussen sind und ich muss sagen ich bin ja wo ich für den Bricke geschrieben habe ist die Lili Pfrej Kulturchefin das ist die Frau von Franka Meier und Franka Meier hat ja immer die leicht sozialromantische Thesen vertreten dass eigentlich Journalisten alle möglichen Backgrounds haben er wollte immer dass es auch einen Priester hat und einen ehemaligen Knast die jetzt aber wieder draussen ist und bei Ringje hat man wirklich auch diese Typen eingestellt und das mag jetzt sozialromantisch klingen aber ich unterstütze das eigentlich Journalismus ist nicht etwas für Leute die Germanistik und Geschichte im ersten Nebenfach studiert haben sondern für Leute die an Menschen interessiert sind die an der Gesellschaft interessiert sind die am Sport oder an der Wirtschaft interessiert sind und oft ist der Hintergrund das Gepäck das sie mitbringen ganz wertvoll weil wenn du zu viel von den gleichen hast dann hast du einfach weniger spannende Ideen und ich tue übrigens auch beim Einstellen auch beim ZFF schaue ich tue ja nicht wenn ich einen Programmer suche oder sonst irgendetwas Stellung besetzen schaue ich dass ich quasi einen Christian Jungen zwei finde sondern im Gegenteil ich schaue dass ich möglichst Leute habe die eine andere Sichtweise bringen also eben auch mit Charakter Leute wo du weisst das ist vielleicht mal jemand der vielleicht Licht aus der Reihe tanzt aber er macht es dafür wahnsinnig gut was er macht das grösste Problem vor allem von Big Corporate Companies ist ja dass die more of the same haben also du schaust in ein Sportmeeting und dann haben alle gleich Anzug und du musst was uns fehlt oder was den Firmen fehlt sind vielleicht Charakterköpfe vielleicht ein bisschen der Spinner die eine Idee hat wo nur er drauf kommt und wenn du das alles streamlinst dann schaut einfach weniger raus bei ich finde gut dass du auch bei der Auswahl von deinen Leuten genau auf solche Sachen schaust du bist auch ein mutiger mensch neben dem machen du hast einmal in der NZZ gesagt wenn man die Wahl zwischen zwei Varianten wähle immer die riskante das ist auch eine mutige Aussage finde ich sehr spannend wie kommt es zu der ich habe natürlich als ich am Sonntag war Frontredaktor da musst du Titel machen Schlagzeilen und ich habe die Erfahrung gemacht zum Beispiel wenn du dich noch einmal zu bewirbst oder irgendetwas schreiben oder einen Titel setzen das eigentlich saftiger besser funktioniert lieber etwas riskieren dann kannst du dich auch eher unterscheiden von anderen Bewerber die Leute gerne Charakter machen weil wenn du das graue Müsli bist das im Umzug mit zottelt dann ist die Gefahr dass du gar nicht entdeckt wirst viel höher als wenn du mal Farbe bekennst und auch weiter kommst am Schluss oder wenn man wagt ich glaube jeder der entscheidungsträger ist hat auch ein bisschen Sympathie für der Ungestüme für den Träumer für übermotivierte System ist so dass Kanten und Ecken noch früh genug abgeschliffen werden aber am Anfang muss eine gewisse Energie da sein und jetzt muss ich etwas sagen was natürlich die Haare Leute schockiert wenn ich die Dossiers bekomme und was ich nie anschaue wirklich nie tatsächlich nie anschaue ist irgendein wie heisst das Arbeitszeugnis also die Floskeln die der Kompi ausspuckt das sagt genau gar nichts aus sondern ich führe wenn ich einstelle Gesprächs ich wollte etwas gesehen also etwas Handfestes also ich habe beim Journalisten einen Artikel ich habe immer gesagt schicke mir zwei Artikel auf die du besonders stolz bist ich habe nicht gesagt schicke mir deine besten oder wo du besonders stolz bist aber wo du das Gefühl hast da habe ich jetzt etwas Gutes gemacht und das führt dich auf viel bessere Fährten als so ein Arbeitszeugnis das ja per se positiv sein und darum wenn sich die Wege trennen und jemand geht und das gefälschen um Adjektive in Arbeitszeuge dann denke ich gib mir einen Break das schaut eh nie jemand an mich beeindruckt übrigens auch nicht der typische Lebenslauf mit Schule dort Matur Typ Boussag studiert das das sagt mir gar nichts was mir aber etwas sagt ist wenn ich einen Text schliese oder ein Essay oder schaue was jemand gemacht hat oder wenn jetzt ein Podcaster ist dann würde ich mal zwei drei Sendungen hören zum schauen wie bist du wie fragt der das sagt mir mehr aus als das Curriculum mit den Eckdaten von Schulhäusern und Universitäten die irgendeine durchlaufen Das finde ich echt eine tolle Einstellung von dir Es ist ein bisschen riskanter man kann sich nicht auf Facts und Figures berufen und sagen ja aber eigentlich hat das gut ausgesehen und der letzte Arbeitgeber hat auch gefunden aber ja ich muss sagen ich bereue nicht viel also ich glaube nicht häufig daneben gelangt beim Leuten einstellen Ist vielleicht auch das der Grund dass eben wel das Team auch nach dem aussuchst neben dem persönlichen und eben nicht eine Bewerbung die du bekommst und auch das passt uns nicht mal ablehnen den Menschen lernen wir dann halt nie kennen vielleicht wäre das genau das Goldstück gewesen dass er eben und du dein Team so erfolgreich sind Ja ich glaube schon dass das ein Mittengrund ist Ich muss natürlich auch sagen beim Einstellen höre ich bin die Direktor und unter mir Hats und wenn in den Abteilungen jemand eingestellt werden dann höre ich auch immer sehr was sie empfehlen und letztlich ist der Erfolg von einem Zürich Filmfestival oder von jeder Firma nur so gut wie ihre Mitarbeiter sind und das ist das wichtigste Kapital das man hat als Arbeitgeber Das Mutigen das zieht sich bei dir wirklich beim ganzen Leben durch das finde ich extrem faszinierend und auch positiv das Kino das Frame das ihr übernommen habt wo das Kosmos Konkurs ging bist du der 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 gesagt wir das übernehmen retten das hat ja wahnsinnig Mut gebraucht du verbindest mit dem Kosmos aber auch natürlich eine persönliche Bindung mit deiner Tochter bist du dort binnen Mai 2 schauen das ist gut das schluss also meine Tochter hatte den ersten Kinobesuch ihrem Leben dort mit 6 oder mit 4 ich bin gar nicht mehr sicher ja und es ist einfach das falsche Kino war zum schliessen und das sind die technisch modernsten Säle man hat Dolby Atmos Sound und natürlich wo ich zum Felix Graf also mit der Idee wir könnten das Kino übernehmen hat er nennen gerufen ja klar halleluja machen wir aber ich konnte aufzeigen dass das ja auch gut ist für das ZFF wenn wir ein physisches Zuhause haben weil eine Herausforderung ist wenn man die kulturellen Leuchttürme anschaut von der Stadt Zürich der grösste übrigens ist das Kunsthaus mit etwa 320'000 Eintritt dann kommt die Oper mit 230'000 dann kommt schon das ZFF mit 130'000 Besucherinnen und Besuchern hinter uns Tonhalle und Schauspielhaus aber die anderen die ich jetzt erwähnt habe die haben alle fixe Zuhause die Oper steht da 365 Tage im Jahr und wir sind ein bisschen wie den Zirkus Knie wir kommen bauen das Zelt auf auf dem 6-Löten-Platz dann machen wir 11 Tage Rambazamba und dann sind wir weg aus den Augen aus dem Sinn und gerade auch zum Beispiel für die Sponsoren ist es extrem wichtig dass sie auch unterjahre etwas machen mit uns und dadurch wir jetzt das Frame haben das House of Zürich Film Festival wo es übrigens sehr geeignet ist zum Firmenanlassen oder Partys machen stärken wir auch das ZFF weil wir können denen mehr bieten übrigens auch den Film den wir einladen weil jeder Regisseur und jeder Verleher der uns einen Film gibt weiss ja wenn er ins Kino kommt Eileen wann hat er im Minimum auf sicher nämlich die im Frame und das hat uns auch geholfen das Engagement für das Kino zu beglaubigen durch das wir das Kino gerettet haben und jetzt unter dem Namen Frame weiter betrieben und man natürlich auch das ganze Jahr kann spannende Filme schauen auch im Frame das ist ja ein Touch wie du schon gesagt hast vom ZFF vom Mix her also für diejenigen die noch nicht waren unbedingt mal ins Frame gehen das ist ja toll man kann das ZFF so zu sagen in dieser Form das ganze Jahr erleben und was wir ja wollen im Frame der Name ist ja englisch und heisst Rahmen also wir wollen die Filme auch ein bisschen Rahmen mit Einleitungen und es soll ein Kino sein wo ein Gastgeber spürbar ist man merkt dass man eine Art beim Zürich Filmfestival ist da hat es auch eine Bar wo ein Mensch aus Fleisch und Blut hinten dran steht und dir einen Kaffee serviert oder einen Drink nach dem Kino oder vor dem Kino über den Film reden und damit wollen wir uns auch ein bisschen unterscheiden von diesen leichtseelenlosen Multiplex Kino wo du hinkommst und dann hat es noch einen Automat und dann gehst du irgendeinen Hinterausgang auf den Parkplatz raus das hat auch nichts mit dem Kino zu tun wie ich es kennengelernt habe als ich in der Logen angefangen habe im Winter da sind wir auch ein Kino mit menschlichem Antlitz gewesen weil da ist noch ein Mensch hinter der Kasse und ich bin auch ein Operateur geworden und habe das auch noch gelernt hätte man da damals noch die richtige 35mm Kopie selber einfädeln und wenn es einen Film Riss gegeben hat selber kleben ich bin kein Nostalgiker ich bin auch ein Early Adopter bei Technik aber ich schätze es wenn ich in ein Kinogang wo irgendjemand an der Kasse ist und überhaupt noch weiss was für Filme das läuft und ich nicht wie beim McDonalds neuerdings muss irgendwie an Touchscreen stehen und Zeug tippen und dann noch schnell abholen oder ist eben auch das menschliche das persönliche Erlebnis das man in einem echten Kino noch sollte haben absolut und für deine Tochter erzählen ist es sicher auch schön dass das Kino weitergeht oder ja die ist jetzt oben dort und dieses Jahr war sie der Kinderschüre am Zürich Filmfestival und war also begeistert und wir machen die im Frame ja auch viel für die Kinder ZFF für Kinder ist ein ganzjähriges Programm wo die Kinder am Samstag einen Tag lang lernen wie Filme entstehen und selber einen Kurzfilm drehen und ich hatte immer das Problem dass meine Tochter das nie machen wollte weil es natürlich peinlich ist dort wo der Papi in Charge ist und dann ist sie mal an einen Kindergeburtstag eingeladen mit Überraschungsprogramm und die sind dann zu ZFF für Kinder gegangen das habe ich gar nicht gewusst und als sie am Abend nach Hause kam ist sie total begeistert und hat gesagt sie wolle Filmemacherin werden und hat dann wochenlang mit dem iPad so Stopmotion Film gedreht wie sie das gelernt hat bei ZFF für Kinder das hat mich natürlich freundet sie bekommt eigentlich jetzt auch ein bisschen das Gespürchen von der Filmwelt ja sie hat sehr gerne Filme also da kann man glaube ich gut sagen der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und gleichzeitig ist mir aber auch wichtig in der Erziehung dass sie ihren Weg irgendwie selber finden kann und dass da nicht irgendeine Erwartungshaltung ist die sie erdrückt so dass sie das Gefühl hat sie muss jetzt was Gimmi oder Regisseurin werden ich glaube am Glücklichsten werden die Leute und so sehe ich das an meinem eigenen Weg den ich hinter mir habe wenn man ein bisschen seinem Herz folgen und seiner Leidenschaft was gibt ihr damit auf den Weg so die Werte also Werte natürlich christliche Erziehung ich finde das wichtig dass sie die Grundwerte kennt nachher ob sie in der Kirche bleiben oder nicht kann sie später selber mal entscheiden sicher nahe und elterliche wie soll ich sagen ich will dem Vater sein wo man ist wenn ich vom Beruf deswegen sehr viel muss reisen also wenn ich da bin versuche ich mir auch Zeit mit ihr zu nehmen sie spielt Basketball und wenn ich mit ihr Basketball spielen lasse ich das Handy auch bewusst in der Wohnung damit ich mich auf sie konzentrieren nicht die ganze Zeit abgelenkt wird versuche sie zu einer gewissen Offenheit zu erziehen dass sie auch auf Leute zugehen und neugierig ist und eben auch Fragen stellt ja das sind so die Werte die ich versuche weiterzugeben ganz schön ganz schön wirklich super ich finde das schön die Kombi wie du das Ganze auch verbindest mit den ganzen Welten mit den Werten echt schön und ich glaube auch Lucio der Name den sie ja bekommen hat zeigt ja das Filmfieber von dir vielleicht noch ganz kurz zum sagen sie hat ja nicht mehr per Zufall den Namen also wo ich meine Frau kennengelernt habe ich habe sie gesehen in einer Bar Palavarion hat die geheißen dort ist früher die Sendung Swiss Day also ich bin nicht irgendwie am Swiss Day sondern einfach dort im Ausgang und ich habe meine heutige Frau an der Bar gesehen und die hat ein bisschen ausgesehen wie Julie Delpy und dann bin ich zu ihr hin und habe gesagt du gleichst an einer Schauspielerin dann sagt sie ja welcher denn und ich so ja Julie Delpy und dann sagt Thea heisst meine Frau oh aus meinem Lieblingsfilm Before Sun Rise und ich ja das ist auch mein Lieblingsfilm das ist kein Witz so hat es angefangen und als Hommage an den gemeinsamen Lieblingsfilm von meiner Frau und mir heisst unsere Tochter wie Julie Delpy in dem Film Selin ich bin ganz toll eben man sieht der Film das ist einfach dein Leben und eben auch euer Leben jetzt in der Family und ich meine einen besseren Mann für das ZFF gibt es ja gar nicht das ist meine Aussage okay ja wenn das so ist freut mich das genau danke viel es war wirklich sehr schön wir sind schon fast durch also das wäre der Schluss ist unglaublich wie schnell das geht ich glaube ich könnte mit dir stundenlang reden ebenfalls es hat Spass gemacht danke viel vielen guten Fragen danke vielmal dass du gekommen bist trotzdem vollen Zeitplan und jetzt 20 Jahre ZFF herumreisen und am ganzen hat mich wirklich sehr gefreut sehr bodenständig und bleib so sympathisch so offen wie du bist finde das ganz toll dass genau so jemand den Job machen beim ZFF danke viel danke viel vielen mal Christian ja ein Mann der anpackt eben ein bisschen wie der Rocky kann man schon ein bisschen sagen der wirklich ein Machertyp umso schöner dass natürlich auch solche Menschen die bei uns in der Sendung sind ja wieder in viel Erfolg Christian ich würde mich freuen wenn ihr nächste Woche in zwei Wochen wieder dabei seid ihr könnt nächste Woche durch die nächsten Tage auch vergangene Podcasts und auch Videos anschauen auf YouTube auf allen Podcast Plattform wir sehen uns in neuer frische dann wieder in zwei Wochen am 5. als Podcast und um viertel von 10 Uhr im Fernsehen Crossmedial bei Auftanker TV und auf YouTube bis dann eine gute Zeit Inputs mail at petschreiben.ch wir haben eine WhatsApp Gruppe wo man auch noch so viel Zeit muss sein Schreiber Tag dann gibt es die neuesten Hintergrundinformationen ein bisschen Making Of und das neuesten zum Podcast kann man übrigens abonnieren wünsche euch eine gute Zeit bis zum nächsten Mal danke und tschüss Tschüss TORB